Musik 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 Das war noch lange nicht alles. Es wird in der Burg weitergehen. Es startet in der Burg. Dort startet jetzt ein Feuerkampf und in der Burg Dudelsägekonzert. Und wenn ihr lange genug bleibt, findet ihr noch eine gewisse Feuershow mit Feuerspucken in und auf der Burg. Gehabt euch wohl. Esst auf, esst und trinkt. Wir kriegen morgen frisches. Danke. Bis später.